Wir sind hier im Airstream des Salzburger Nachrichten beim Motorfreien Tag in Obertron. Im Flachgauer Nachrichteninterview begrüße ich jetzt Herrn Diplomingenieur Markus Schwarz vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen, kurz SIR. Er hat mit seiner Expertise im Bereich Energiegemeinschaften die Errichtung der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Salzburger Sie im Land mit begleitet. Guten Tag, Herr Schwarz. Danke für die Entlarung. Herr Schwarz, erklären Sie uns bitte zu Beginn in einigen wenigen Sätzen, was eine Erneuerbare Energiegemeinschaft überhaupt ist. Eine Erneuerbare Energiegemeinschaft, kurz EEG, ist die Möglichkeit, dass sich verschiedene Personen, aber auch mit Gewerbebetrieben, Gemeinden zusammentun, um über Grundstücksgrenzen hinweg Strom auszutauschen, gemeinsam zu verwerten. Im Fall der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Salzburger Seenland haben sich elf Gemeinden zusammengeschlossen. Wie läuft in diesem konkreten Fall die Zusammenarbeit ab? Die Zusammenarbeit läuft folgendermaßen ab, dass wir einerseits die Anlauf- und Beratungsstelle für Energiegemeinschaften sind im Bundesland Salzburg am SIR angesiedelt. Auf der anderen Seite haben wir für diesen konkreten Fall Förderprojekte eingereicht, gemeinsam mit der CHEM Salzburger Seenland und dem Regionalverband. Um sich dieses Projekt, diese Idee im Detail anzuschauen, ist genehmigt worden und seitdem, 2022, arbeiten wir an dem Projekt, an der Idee und was dann letztendlich jetzt 2024 umgesetzt worden ist. Und wie bringen sich die einzelnen Mitgliedsgemeinden konkret in diese Energiegemeinschaft ein? Über den Regionalverband Salzburger Seenland, der ja regelmäßig tagt und im Zuge dessen ja die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich austauschen. Und ein zusätzliches Thema ist sozusagen Energiegemeinschaften. Also in diesem Kreis wurde dieses Thema EEG Seenland oder kommunale EEG Seenland eigentlich begleitet. Und es geht darum, dass kommunale Gebäude mit Photovoltaikanlagen versehen sind und dieser Strom in die Energiegemeinschaft eingebracht wird. Ist das in einfachen Worten so die Art, wie das in der Energiegemeinschaft läuft? Genau. Uns ist wichtig in diesem konkreten Fall, dass es eine kommunale EEG ist, weil es nebenbei schon sehr viele andere Energiegemeinschaften auch hier im Flachgau gibt. Knapp 50 schon mittlerweile, was uns sehr freut. Aber hier geht es um eine kommunale. Das heißt, es sind ausschließlich Gemeindegebäude, die hier als Verbraucher teilnehmen oder als Erzeuger mit Photovoltaikanlagen. Und was sind jetzt die Vorteile für die beteiligten Gemeinden? Der Vorteil für die jeweilige Gemeinde ist jener, dass man ohnehin über den Regionalverband organisiert ist zu verschiedensten Themen. Und jetzt kommt eben dieses Thema Energiegemeinschaften dazu. Das heißt, man sitzt ohnehin regelmäßig zusammen und muss sich nicht separat organisieren. Es muss nicht jede Gemeinde separat diese Idee umsetzen, eine Energiegemeinschaft, was aber trotzdem möglich ist. Und gemeinschaftlich wird eben Strom ausgetauscht. Ihre Gemeinde hat einen Nutzen, sowohl als Verbraucher als auch als Erzeuger, weil man sich Stromkosten spart dadurch. Also der Einspeiser bekommt mehr für seinen Strom aus dieser Energiegemeinschaft und der Verbraucher zahlt weniger. Und der Tarif wird gemeinsam bestimmt. Tatsächlich in Betrieb ist die Energiegemeinschaft jetzt seit Jahresbeginn. Zeichnet sich schon ab, wie viel sich eine Gemeinde pro Jahr dadurch sparen kann? Das ist etwas schwierig zu sagen. Da lässt sich natürlich jetzt keine konkrete Zahl nennen. Die erste Abrechnung wird jetzt dann im frühen Herbst stattfinden. Jede Gemeinde ist im... Oder die jeweiligen Gemeinden sind im Schnitt mit zwei Zählpunkten dabei. Mehr oder weniger Verbrauch, mehr oder weniger Erzeugung sozusagen. Es ist auch zwischen den Gemeinden mehr oder weniger Einsparung, die stattfindet. Es wird auf jeden Fall für jede Gemeinde, die mitmacht, und das machen alle Gemeinden mit, eine Einsparung geben. Wir können nur sagen, was die Energiemengen betrifft, dass vom Verbrauch in der Energiegemeinschaft 40% aus der Energiegemeinschaft gedeckt werden kann. Also die Verbrauchszählpunkte, die mitmachen, beziehen 40% aus der Energiegemeinschaft. Und das ist ein guter Wert, wie wir finden. Sie haben es schon kurz erwähnt, es handelt sich um eine kommunale Energiegemeinschaft. Das heißt, Gewerbebetriebe und Private können derzeit nicht mitmachen. Warum ist das eigentlich in dem Fall so? In dem Fall, es ist eine spezielle Konstellation, weil eben der Regionalverband die Rechtsperson bildet. Und es ist im Gesetz so bestimmt worden, dass das möglich ist, dass ein Gemeindeverband auch die Rechtsperson bilden kann. Bei jeder anderen Energiegemeinschaft wird in der Regel ein neuer Rechtsträger gegründet. Das heißt, da hat man einen Vorteil. Was der Nachteil ist, muss man sozusagen sagen, ist, dass Gewerbebetriebe und Private da nicht mitmachen können, sondern nur Mitglieder des Regionalverbandes. Und das sind nur die Gemeinden. Das heißt, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern? Mit der derzeitigen gesetzlichen Grundlage ändert sie sich nicht. Vielleicht kommen hierbei Änderungen, dann wird sie sich ändern. Aber jetzt in Richtung Privater und Gewerbe kann man sagen, es gibt mittlerweile fast 50 andere Energiegemeinschaften. Nur im Flachgau. Also das Angebot ist da, dass man irgendwo mitmacht oder eben selbst was auf die Beine stellt. Und gibt es jetzt bereits einen nächsten Ausbauschritt bei der Energiegemeinschaft hier im Salzburger Seenland? Also das Interesse ist tatsächlich sehr, sehr groß von der Gemeinde, von Gemeinde zu Gemeinde. Wir haben bereits eine Liste bekommen, wo praktisch Verbraucher, Erzeuger rein reklamiert werden. Und in den nächsten Schwung, sozusagen jetzt im frühen Herbst, werden diese zusätzlichen Gebäude dann mit aufgenommen. Also die Energiegemeinschaft wächst sukzessive. Ich muss uns auch sehr freut. Herr Schwarz, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wir verabschieden uns hier aus dem Airstream der Salzburger Nachrichten vom Motorfreien Tag in Obertron. Danke fürs Zusehen.